Willkommen zurück zu einer Folge von SimCityBuilded. Inzwischen die 15. Folge, glaube ich. Und ja, ich habe gerade erst das Spiel geöffnet. Also ich habe noch nichts eingesammelt. Ein paar Simoleons. Erstmal alles einsammeln. Okay, und das Stadtlager ist voll. Mal sehen, was hier oben ist. Uh, eine goldene Truhe. Mach ich aber jetzt noch nicht. Erstmal hier ein paar Aufgaben machen. Wundgebäude ausbauen. Start. Das klingt ja nach einer einfachen Aufgabe. Warnspruchen. Oh. Ein Platinschlüssel und irgendein Teil mit einer Krone drauf. Grüne Tickets. Ah, ja. Katastrophen auslösen. Hm. Guck mal kurz, ob wir... Ah, ja. Eine Aufgabe erfüllt. Ich muss warten, bis das hier fertig gebaut wurde. Dann kann ich kurz gucken. Los, werd fertig. Ja, das kann ich... Ja, das kann ich machen. Oh, und das auch. Okay. Dann gucken wir erst mal, was hier los ist. War angesprochen. Ja, aber es reicht nicht. Ja, super. Okay. Dann mach ich mal kurz... Ah, äh, wir wollen diesen... Ist doch... Irgendwie gibt's... ...geräuschprobleme. Keine Ahnung, warum. Modegeschäft freigeschaltet. Stadtlager voll. Okay. Ein Hut. Eine Stunde lang. Okay. Ich weiß leider nicht, warum hier so eine Sound-Probleme sind. Hier ist noch eine Aufgabe. Ah, Meteoritenanschlag Level 2. 10 Katastrophengebiete aufbauen, 5 Katastrophen auslösen. Okay. Na gut, dann muss ich mich entscheiden. Jetzt eine Katastrophe machen oder erstmal eine goldene Truhe. Katastrophe auslösen, 12 Stunden, aber ich kann nur eine auslösen. Pariser Wohngebäude ausbauen habe ich noch nicht. Frachtschifflieferung gibt es jetzt noch nicht. Dann verkaufe ich erstmal hier was. Plastik. Brauch schon Plastik, weg damit. Und Chemikalien. Da braucht das. Oh. Hoppla. Ja, ich mach's. So, ein bisschen Stahl. Holz. Oh, ich hab Glas freigeschaltet. No, danke. nehme ich jetzt die katastrophe oder da die goldene truhe ach komm, die goldene truhe joa, joa ganz ok was dran war ok, 3 von 6, 4 von 6, 6 von 6, was ist das? oha ein sim, äh, ein sim-cash fehlt seht ihr das hier rum? und dann hier ein sim-cash fehlt nicht im ernst ach, das ist so blöd ich könnte jetzt das ja erweitern, aber ja gut gibt's noch irgendwas, was weniger braucht 10, ok auch 10 6 7, 8, ok gut, dann machen wir mal ne katastrophe belohnung ein goldener schlüssel wupoints 1 schäden 2 reparatur kosten mittel wupoints 2, also wär's logischer, wenn ich das mache reparatur kosten leicht schäden 2 aber es bringt mehr punkte ok gibbs noch irgendwas zu tun? Tiernaben. Warum stellt man das in der Fabrik her? Warum macht man nicht irgendwie so ein Haustier-Geschäft auch? Oh, noch eine Batterie. Vielleicht können wir sogar zwei von den Desaster-Magen. Oder? Nee, geht leider nicht. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Nee. Okay, ähm, dann. Dann. Dann, dann, dann. Dann. Holen Sie sich goldene Schlüsse. Ich bekomme ja gleich einen Schlüssel. Oder Katastrophen auslösen. Zwei Stück. Aber das kriege ich nicht hin. Aber drei goldene Schlüssel. Innerhalb von einem Tag und zwölf Stunden. Jetzt kriege ich einen. Sobald das Schiff ankommt, bekomme ich einen. Aber ich habe schon mal zwei. Und dann. Ja. Okay, ich mache das mit den goldenen Schlüsseln. Weil zwei Katastrophen kriege ich nicht hin. So. Wahrscheinlich spulen die meisten jetzt vor, bis zu dem Moment, dass ich die Katastrophe mache. Bisschen, bisschen auf die Folter spannen. Das muss schon sein. Kann ich das hier eigentlich upgraden? Nö. Okay. Das kann ich nicht machen. Das Lager kann ich nicht machen. Und das kann ich nicht machen. Oh. Oh, man gerade vom Lager spricht. Okay. So, jetzt wird es Zeit. Das Regen wird stahlfertig. Okay. Dann. Geht's los. Nachdem wir das Holz abgeholt haben. Hallo Bürgermeister, ich hoffe, Sie sind in der Stimmung für ein wenig kreatives Chaos. Oh ja. Ein großer Hammer für Erdbeben. Eins. Zwei. Zwei. Ein okay, reicht jetzt. Und. Boom. Das ergibt jetzt ein Erdbeben. Really? Okay. Okay, zwei Häuser sind eingestürzt. Ja, easy. Und da? Ah, Gemüse fehlt natürlich. Materialien. Ja, wow. Okay. Ja, habe ich vergessen. Okay, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.